Ho, 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 die Stasselparas am Dope. Liebe Freunde, ihr seht schon, es weihnachtet wieder sehr bei uns. Das Jahr 2015 geht langsam zu Ende und wir dürfen zurückblicken auf ein richtig, richtig geiles Jahr mit euch. Wir wollen uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die uns auch dieses Jahr wieder so toll unterstützt haben, bei allen Veranstaltern, die wir uns gefeiert haben. Und ganz besonders wollen wir uns bei euch bedanken, bei den Fans und Freunden, der Stötzlbacher, die wir zu uns kommen und die wir uns so geile Party machen. Wir wünschen jetzt euch und euren Familien alles Gute, ein schönes Weihnachtsfest und lasst es euch einfach gut gehen. Und die Datsang, wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder. An gut Deutsch, lasst es machen, bis bald, eure Stötzlbacher! Hallo, wer am 6. Januar noch nichts vor hat, schaut vorbei bei unserem großen Winter-Open-Air der Stötzlbacher in Langlau. Auf geht's! Uah! Uah!